Auf die richtige Technik kommt es an. Der neueste Schrei aus Asien. Jetzt bei Wieso Plus. Hallo und herzlich willkommen bei Wieso Plus. Egal ob Singapur, Peking oder Taipei, überall mischen ein paar Deutsche kräftig mit. Immer dann, wenn es um Innovationen geht. Und das hat auch seinen Grund. Deutsche Ingenieure, Entwickler und auch Designer sind in Asien schwer gefragt. Georg Totenbier ist einer. Er designt Mäuse. Ja, Mäuse. In Taipei wird eine Maus geboren. Schon das erste Modell muss gut in der Hand liegen. Viel Zeit hat das Team nicht. Chefdesigner Georg Totenbier arbeitet seit elf Jahren in Taiwan. Der Wuppertaler musste sich erst daran gewöhnen, dass vom ersten Entwurf bis zur fertigen Maus hier alles nur halb so lang dauert wie in Europa. Die könnte zu Weihnachten schon in Geschäften sein, wenn alles gut klappt. Tempo ist wichtig im Zentrum der Hardware-Industrie. Viele große Hersteller sitzen gleich um die Ecke. Ständig werfen sie neue Produkte auf den Markt. Vor allem mit gutem Design können sie die Konkurrenz ausstechen. Gehäuse, Tastaturen, Mäuse, Totenbier entwirft Hardware für den Weltmarkt. Für mich als Designer heißt das natürlich, dass meine Arbeit dann nachher auf dem Ladentisch landet und auch von vielen Leuten benutzt wird. Und das ist was ganz anderes, als wenn man an interessanten Konzeptstudien arbeitet, die dann aber leider nachher irgendwo in der Schublade verschwinden. Und das macht einen dann schon stolz natürlich. Besonders stolz ist er auf diese Maus. Speziell für Computerspieler entwickelt und ausgezeichnet mit zwei der wichtigsten internationalen Designpreise. Für die Gamer zählen die Details. Das Besondere an dieser Maus ist die Bodenplatte aus Aluminium, die der Maus eine besondere Steifigkeit verleiht. Dann sind sämtliche ergonomischen Außenflächen komplett zerklüftet. Damit wollen wir die Flächen, auf die man die Hand auflegt, reduzieren. Der Sniper-Button ist hier auf der Seite sehr gut erreichbar für den Daumen, weil es beim Spielen hier natürlich um Millisekunden geht. Um Sieg oder Niederlage. Gamer sind eine wichtige Zielgruppe mit Hang zum Martialischen. Für die haben Totenbier und sein Chef, Stilecht in olivgrün, ein besonders militärisches PC-Gehäuse gestaltet. Auch hier geht es um Details. Als der Firmengründer vor 20 Jahren aus Belgien nach Taiwan kam, war Design bei den großen Hardware-Herstellern noch kein Thema. Mit europäischem Know-how wuchs sein Studio schnell. Aber noch immer muss er Überzeugungsarbeit leisten. Die Frage ist, hören Sie dir zu. Diese Firmenchefs haben es geschafft, milliardenschwere Unternehmen aufzubauen, ausschließlich durch Auftragsfertigung. Die fragen, warum soll ich mich jetzt um Werbung und Design kümmern? Das hatte ich doch bisher auch nicht nötig. Diese Einstellung ist nicht leicht zu ändern. Auch bei den eigenen Mitarbeitern müssen die Europäer kulturelle Unterschiede überwinden. Angestellte in Taiwan wagen es normalerweise kaum, ihre Vorgesetzten zu kritisieren. Im Design ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich austauscht und dass unterschiedliche Meinungen auch auf den Tisch kommen. Und hier in Create mussten wir dann unsere neuen Designer auch erstmal ein bisschen erziehen, dass die wirklich auch den Mund aufmachen und auch mal sagen, hey Boss, so nicht, ich habe eine andere Meinung. Die offene Diskussionskultur fördert die Kreativität und macht die Firma attraktiv. Meine Freunde sind ganz schön neidisch auf mich. Ihre Chefs geben ihnen immer nur Befehle. Mach dies, mach das. Die suchen nie gemeinsam nach Lösungen. Unterschiede auch bei der Arbeitsweise. Taiwaner arbeiten schnell und flexibel. Im Westen zählt mehr Gründlichkeit. Ein möglicher Konflikt. Also wenn man als Deutscher hier, als präziser Deutscher mit einer 130-prozentigen Genauigkeit ankommt, dann muss man sich erstmal ein bisschen umstellen und daran gewöhnen, dass hier ein Projekt mit 80 oder 85 Prozent schon als überdurchschnittlich gut angesehen wird. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch Kompromisse finden. Man kann hier nicht immer nur mit dem Kopf durch die Wand, aber man kann nicht zu allem Ja sagen. Als Designer in Taiwan ist vieles anders. Eine echte Herausforderung und ein scharfer Kontrast zur alten Heimat. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Ciao.